Wo bleibt denn Tobias? Die Treiber werden langsam ungeduldig. Die waren doch für 14 Uhr bestellt. Die wollen endlich anfangen. Ach so, ja, das haben wir völlig vergessen. Das ist unser Baby, sehen Sie mal. Tobias ist überglücklich. Ähm, wir baden jetzt, die Kleine. Sie könnten doch die Stuten rauslassen. Danke.